Entschuldigung, darf ich sie filmen? Nein. Nicht? Nein. Soll ich es ein bisschen lassen? Okay. Ein bisschen lassen. Okay. Nerver. Nerverste. Entschuldigung, ich habe eine Frage, wo ist denn hier Peterstraße? Was für eine Straße? Peterstraße. Haben die irgendwas hier in Freundesheim gesagt? Darf ich vielleicht filmen? Nein, danke Lefner. Nein, das ist aber wirklich eine gute Kamera, ich habe eine neue gekauft. Danke. Ja, das ist gut. Danke.